Servus Leute, was geht? Willkommen auf meinem Kanal zurück, ihr Freunde. Wir reagieren heute auf Bosca mit dem Song Mein Platz. Ich bin sehr gespannt. Los geht's jetzt. Interessanter, motivierender Bietanfang scheint wieder Frankfurt zu sein. Er ist aus Frankfurt und muss wirklich sagen, ich bin sehr gespannt auf den Einstieg. Ich habe den letzten Song auch darauf reagiert, aber habe es nicht hochgeladen, weil da hat mir ein bisschen was gefehlt. Ich hoffe, dass der Song diesmal meinen Geschmack entspricht. Ich mache es mit keinem Musikgesperte, mache es nur uns passende Freude. Ihr müsst nicht meiner Meinung sein, ist nur immer meine Meinung. Deswegen, los geht's. Also beziehungsweise weiter geht's jetzt. Immer wenn ich aufstehe, wird es mein Tag. Wird es wieder laut, sag ich's nur noch einmal. Du lässt mir keine Wahl. Ja, du lässt mir keine Wahl. Sie lässt ihm keine Wahl. Sie singt. Finde ich interessant, dass mal ein Frauenhook vorhanden ist bei Bosca. Ich habe bis jetzt von Bosca noch nicht so viele Songs gehört. Ich schreibe gerne mal in die Kommentare ein, welchen Songs ich von ihm anhören sollte, die mich überzeugen. Und ich bin sowieso immer sehr froh, wenn Freunde von jemandem was hochladen, weil in meinem Kanal, wo ich gerne vorbeischauere. Wenn ich vor's Haus gehe, für den Mainstand, gibt es keinen Ausweg, das ist mein Platz. Ja, du lässt mir keine Wahl. Du lässt mir keine Wahl. Ja, das ist mein Platz, zwischen Auswärtsfahren und Taschischriechen. Ja, das ist mein Platz, wo aufwärtshaken, in den Rachen schießen. Ja, das ist... Wo aufwärtshaken, in den Rachen schießen. Also, ein bisschen keine so aggressive Stimme, diesmal von Bosca, sondern mehr so ein bisschen sanft, weich. Aber trotzdem knallt die richtig rein, finde ich. Mein Platz in dieser Stadt glänzt sie mit Waffenkrisen. Wenn wir die halbe Nacht wegen Paraten auf den Kacheln liegen. Peten schlagen, Songs schreiben, jeden Tag in Form bleiben. Ja, wir raffen uns morgens auf für ein Lebensamt im Sonnenschein. Ich muss ja wirklich sagen, ich finde ihn sehr sympathisch. Ich habe mal so einen Vlog gesehen, wo er in Saarbrücken war, in der Garage. War sehr, sehr krass. Ich hätte ihn damals gerne live gesehen, aber konnte leider nicht. Und wie gesagt, sobald Bosca und Vega mal in Saarbrücken sein sollten, ich glaube, ich schreibe nicht gerade bei Abfuß hin, um ihn mal live zu sehen, ohne Scheiß. Runden drehen im Portcoupé, 30 Düsen im Portemonnaie Oder landen wir einfach nur in der Hölle, Bruder, ist schon okay. Denn keiner kann, was ich kann, nein, keiner hat noch ein Standbein. Unterwegs mit den besten Leuten von Hessen, Süden bis Mannheim. Also, ein nachdenklicher Text. Fängt doch krass, wie wir da geboxt hatten so. Nachdenklicher Text. Ich dachte, jetzt kommt wieder sowas Aggressives. Wie wenig die blieben, wie zu viele die abgehen. Die Jungs sind meine Familie, wer will mir diesen Platz nehmen? Immer wenn ich aufstehe, wird es mein Tag. Wird es wieder laut, zeig ich nur noch einmal. Ja, du lässt mir keine Wahl. Ja, du lässt mir keine Wahl. Wenn ich vor's Haus gehe, für die mein Start. Gibt es keinen Ausweg, das ist mein Plan. Also, zum Chillen, ein sehr schöner Song. Fällt mir sehr gut. Muss ja wirklich sagen, das wäre so ein Song, den ich mir öfters anhören würde. So reif in der Stimmung, von der Thematik her. So ein bisschen zum Runterkommen, zum Chillen. Ist das einfach gut zum Abschalten so. Ja, du lässt mir keine Wahl. Ja, du lässt mir keine Wahl. Ja, das ist mein Platz. Eintracht. Werf einen Stein auf die High Class. Jede Fotze, ihr teigt Arsch. Doch schau dir an, was sich live macht. Jede Fotze zeigt Arsch. Okay. Krasse Aussage auf jeden Fall. Vor allen Dingen finde ich auch, dass Boskal so eine Erzählerstimme hat. Ihm hört man wirklich gerne zu. Das kommt alles sehr rüdel rüber und sehr frisch. Dementsprechend so Team-Songs mäßig ist das schon krass unterwegs. Nur reden, viele Nächte sind kurz. Doch wir können dich an der Uhr drehen. Immer wenn ich aufstehe, wird es mein Tag. Wird es wieder laut, zeig ich nur noch einmal. Ich mag die Melodie von der Hook. Die Stimme der Sängerin ist auch ziemlich nice. Du lässt mir keine Wahl. Ja, du lässt mir keine Wahl. Wenn ich vor's ausgehe, für die Beinstaat. Gibt es keinen Ausweg, es ist mein Platz. Ja, du lässt mir keine Wahl. Du lässt mir keine Wahl. Sehr schöner Beat, muss ich wirklich sagen. Produziert von Via und Jonny. Instrument. Also, sehr krass. Was hat die da für eine Jacke an? Under Drew Don Mess White Ass Die Marke kenne ich gar nicht. Oh je, für immer einer von uns. Anscheinend ist jemand gestorben. Deswegen, krass. Okay. Bin gerade ein bisschen überrascht. Ein bisschen. So Leute, das war's mit dem Video. Wie wird mir sehr gut gefallen? Song war schon krass jetzt mit dem Hintergrund, mit dem, dass jemand gestorben ist. Hat mich ein bisschen nachdenklich gemacht. Nichtsdestotrotz, könnt ihr gerne mal ein Video einen Daumen da oben da lassen, kommentieren, abonnieren. Wenn mir das auch sehr freuen. Dann würde ich sagen, wir nehmen uns die nächsten neuen Videos. Bedeutung macht's gut. Bedeutung macht's gut.